Das Geschlecht derer von der Schulenburg ist ein zunächst brandenburgisches, später brandenburg-preußisches Adelsgeschlecht. 1237 taucht es erstmals in der Altmark durch den Ritter Wernerus des Gulenburg auf. Stammsitz der sich später weit verzweigenden Adelsfamilie war im 13. Jahrhundert die kleine Burganlage Schulenburg an der Jeze bei Salzwedel in der Altmark. Wegen der Neigung zum Soldatenberuf entstammten der Adelsfamilie Feldmarschelle, Generäle und zahlreiche hohe Offiziere der preußischen Armee. Andere Vertreter erlangten hohe Positionen wie Staatsminister und Bischof. Zwei Angehörige des Geschlechts, Fritz Dietloff und Friedrich Werner Graf von der Schulenburg, gehörten bei der Erhebung gegen Hitler zum Verschwörerkreis des 20. Juli 1944 und wurden hingerichtet. Ursprünge Das Geschlecht von der Schulenburg trat im 13. Jahrhundert aus dem Dunkel der Geschichte hervor. Eventuell stammt es von dem alten holsteinischen Adelsgeschlecht Scharpenberg ab, das in den Elbmarschen ansässig war und im 13. Jahrhundert verschwand. Angehörige des Geschlechts wurden in Urkunden dieser Zeit als Ritter und Burgmannen genannt. Sie erschienen im heutigen östlichen Niedersachsen und in der Altmark, dem nordwestlichen Teil des heutigen Sachsen-Anhalts. Durch eine bischöfliche Urkunde von 1237 wird als erster des Adelsgeschlechts im Bereich der Altmark der Ritter Werneros des Gulenburg bekannt. In weiteren Dokumenten aus den Jahren 1264 und 1271 werden der Ritter Tiderikos des Gulenburg und Werneros des Gulenburg genannt. Seit der Ende des 13. Jahrhunderts dienten Familienmitglieder als Burgmannen auf der Burg Salzwedel. Adolf Friedrich Riedel, Herausgeber des Codex Diplomaticus Brandenburgenses, bezeichnet die Familie als die merkwürdigste, also bemerkenswerteste, aller brandenburgischen Familien Wappen. Das Wappenmotiv des Geschlechts stellt drei rote Adlerfänge mit scharfen Krallen dar. Im Mittelalter gab es nur drei Familien, deren Wappen drei Adlerfänge zeigte, darunter die von der Schulenburg. Als Familienwappen tauchte es erstmals in einer Urkunde von 1324 auf die den Ritter Bernhardi von der Schulenburg, Stammherrn des Weißen Stamms, betraf. Der Adlerfang war ein häufiges Wappenbild brandenburgischer Geschlechter, das sich wahrscheinlich vom roten märkischen Adler Brandenburgs ableitete. Namensgebende Stammburg Der Name des Geschlechts beruht auf der Stammburg-Schulenburg an der Jeze bei Stappenbeck in der Altmark, wenige Kilometer südöstlich von Salzwedel. Die Namensgebung der Schulenburg leitete sich aus ihrer geografischen Lage und dem Wort Schulen, sich verstecken, ab. Die Redewendung TE der Skulendenburg bedeutete bei der versteckten Burg und daraus wurde Schulenburg. Die kleine Burgstelle mit den Ausmaßen von 20 pro 25 Meter lag verborgen in den Jezesümpfen und hatte den Charakter einer Turmhügelburg. Davon ist heute nur noch ein Erdhügel zu sehen. Sie war bereits im 14. Jahrhundert wüst gefallen. Bei Nachforschungen im 19. Jahrhundert waren noch Reste von Burgturm, Wohnhaus und Keller vorhanden. Landesdirektor Wilhelm von der Schulenburg-Grupp seinerzeit mittelalterliche Waffen sowie Geräte aus und richtete die Burgstelle wieder her. Neuer Familiensitz Nachdem die kleine, im Sumpf gelegene Turmhügelburg-Schulenburg bei Stappenbeck zum großen Teil zerfallen war, wurde 1345 etwa 12 Kilometer südwestlich die bereits bestehende Burg Betzendorf zum Hauptsitz derer von der Schulenburg. Diese wesentlich größere Burg wertete das Geschlecht auf. Von da an galt es als Schlossgesessen und gehörte zur oberen Stufe des altmärkischen Adels. Über Jahrhunderte war hier der Familienmittelpunkt. Weiteren Machtzuwachs erlangten die von der Schulenburg durch das Lehn über Burg und Ort Appenburg in der Altmark. Die Besitzungen Betzendorf und Appenburg waren die Stammgüter des Geschlechts, die den Kern ihrer Grundherrschaft bis ins 19. Jahrhundert sicherten. Die Burg Betzendorf war bis um 1600 mit umgebenden Wassergräben festungsartig ausgebaut. Danach siedelten sich die Mitglieder der adligen Familie im Dorf Betzendorf und der Umgebung an, sodass die Befestigungsanlage nutzlos wurde. Im Dreißigjährigen Krieg war sie nicht mehr verteidigungsfähig. Die letzte Kanone war 1642 verkauft worden und 1780 wurden die letzten Burggebäude abgerissen. Heute sind davon noch einige Ruinen vorhanden. Punkt. Punkt. Familienstämme. Im 14. Jahrhundert teilte sich in der Altmark die Familie in zwei Linien. Dietrich II. begründete die schwarze Linie, sein jüngerer Bruder Bernhard I. die weiße Linie. Beide Linien teilten sich im Laufe der Jahrhunderte weiter auf und werden genealogisch die nachisten, Zweige und Häuser sortiert. In der heutigen Zeit ist das Geschlecht neben den Linien in Häuser untergliedert und befindet sich in der 22. Generation. Die weiße Linie dominiert heute zahlenmäßig. Von allen Zweigen breitete sich der Wolfsburger Zweig am stärksten aus, der auf Adolf Friedrich zurückgeht. Das Weiterbestehen des Geschlechts war wegen hoher Kindersterblichkeit, Seuchen, Kriege und durch den Eintritt von Mitgliedern in den geistlichen Stand nicht immer gesichert. 1499 gab es nur 42 männliche Vertreter, 1610 waren es schon 70 Personen. Der Rückgang auf 58 männliche Erbfolger im Jahre 1700 erklärt sich aus den Verlusten durch den Dreißigjährigen Krieg. Während es um 1870 männliche Schulen Burgs gab, waren es um 1900 trotz der allgemeinen Bevölkerungszunahme nur 100 Personen. 1983 betrug die Zahl der männlichen Familienmitglieder 91 Personen. Im 20. Jahrhundert nahm das Aussterben einzelner Häuser des Geschlechts zu. Trotz des Verlustes von 15 Angehörigen im Zweiten Weltkrieg war die Ursache des Rückgangs viel mehr Ehe und Kinderlosigkeit. Sitze Schwarze Linie, Radach, Weiße Linie, Wolfsburg mit Schloss Neumühle und Rittergut Nordsteimke. Punkt, 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 Punkt Vertreter ihres Adelsgeschlechts, die eine Standeserhebung erreichten. Über die Söhne Daniels setzte sich die Freiherrenlinie wie folgt fort Daniel Bodo von der Schulenburg. Henning Heinrich 1644 wurde Heinrich Joachim von der Schulenburg durch Kaiser Ferdinand III. in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Seine beiden Ehen blieben jedoch kinderlos. Testamentarisch hatte Heinrich Joachim Freiherr von der Schulenburg verfügt. Dass der als sein Universallerbe vorgesehene Achatz von der Schulenburg aus dem Hause Bezendorfe die Freiherrenwürde erwerben müsse. Dies erreichte Achatz am 21. März 1667 bei Kaiser Leopold mit gleichzeitiger Wappenvermehrung. Am 4. Dezember 1713 wurde Alexander von der Schulenburg durch Kaiser Karl VI. in den Reichsfreiherrenstand erhoben. Lebenssäge Der Lebensweg der männlichen Familienangehörigen der Adelsfamilie war vorgezeichnet. Neben der Verwaltung ihrer Güter betätigten sie sich in großer Zahl beim Militär. Im Mittelalter als Burgmannen und als Hauptleute der Lehnsaufgebote in der Magdbrandenburg. In der frühen Neuzeit als Führer von Söldnertruppen und später als Offiziere, vor allem in der preußischen Armee, aber auch in anderen Ländern. Am bekanntesten wurde Matthias Johann von der Schulenburg, der im Dienste der Republik Venedig zum Feldmarschall aufstieg und von Kaiser Karl VI. 1715 als erstes Mitglied der Familie in den erblichen Reichsgrafenstand erhoben wurde. Viele Vertreter der Familie haben auch Positionen in der Staatsverwaltung bekleidet. Die Neigung der Schulenburgs zum Soldatenberuf brachte es mit sich, dass die Familie in Kriegen zahlreiche Gefallene zu beklagen hatte. Zuletzt im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Im 20. Jahrhundert waren zwei Angehörige des Geschlechts Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 gegen das Regime Adolf Hitlers in der Zeit des Nationalsozialismus. Beide wurden vom Volksgerichtshof verurteilt und hingerichtet. Etliche Mitglieder der Adelsfamilie erlangten hohe Positionen. Dazu gehörten vier Feldmarschelle, 25 Generäle, drei Herrenmeister des Johanniterordens, sechs Staatsminister und vier Bischöfe. Die Familie hatte mehrere Erbämter inne. Sie waren spätestens seit dem 14. Jahrhundert Erbküchenmeister der Kurmark Brandenburg. Im Einschreibebuch des Klosters Dorbatin befinden sich auch zwei Eintragungen von Töchtern der gräflichen Familien von der Schulenburg aus dem mecklenburgischen Tresso und Großkrankow von 1874 und 1903 zur Aufnahme in das adelige Damenstift. Ausdehnung Ab dem 15. Jahrhundert dehnte sich das Geschlecht durch den Erwerb von Besitzungen außerhalb der Altmark weiter aus. Um 1600 erreichte der Grundbesitz des Geschlechts seine größte Ausdehnung. Angehörige der Schulenburgs hatten Lehnsgüter in Brandenburg, dem Erzbestum Magdeburg, Anhalt, Wolfenbüttel, Lüneburg, Braunschweig, Sachsen, Pommern in der Niederlausitz und in Böhmen, wirtschaftliche Basis. Ihren Lebensunterhalt erlangten die Familienangehörigen derer von der Schulenburg dadurch, dass sie den vom jeweiligen Landesherren zum Lehnen erhaltenen Grundbesitz Bauern zum Wirtschaften überließen. Diese zahlten darauf Abgaben oder leisteten frohen Dienste. Ansätze zu eigener Landwirtschaft zeigten die von der Schulenburg durch die Gründung von Vorwerken, aus denen sich später Güter entwickelten. Die Vertreter der Wolfsburger Linie betreiben heute selbst einen großen Land- und Forstbetrieb auf den familieneigenen Flächen. Bedeutende Namensträger Dietrich von der Schulenburg, als Dietrich III. Bischof von Brandenburg Werner von der Schulenburg, Staatsmann in brandenburgischen und Pommerschen-Diensten. Christoph von der Schulenburg, der letzte katholische Bischof von Ratzeburg. Albrecht IV. Von der Schulenburg, Kurbrandenburgischer Rat und Hauptmann der Altmark. Levin von der Schulenburg, Landrat. Fritz von der Schulenburg, Student in Tübingen. Gustav Adolf von der Schulenburg, Kurbrandenburgischer Geheimrat, Kammerpräsident und Erbherr auf Emden. Dietrich Hermanni von der Schulenburg, Landesdirektor und Kriegskommissar der Altmark. Friedrich Ahatz von der Schulenburg-Hillen, Geheimer Rat, Diplomat, Hofrichter, Berghauptmann in Wolfenbüttel. Matthias Johann Graf von der Schulenburg, Kur-Sächsischer General, Generalfeldmarschall und Diplomat der Republik Venedig. Daniel Bodo Graf von der Schulenburg, königlich-polnischer und kurfürstlich-Sächsischer Generalleutnant und TRB. Lehn und Gerichtshirr auf Delitz Alexander Freiherr von der Schulenburg, Generalleutnant und Gouverneur von Zelle. Melusine von der Schulenburg, Maitresse des englischen Königs Georg I. Achatz von der Schulenburg, preußischer Generalleutnant. Werner von der Schulenburg, dänischer Kriegsminister und Feldmarschall. Adolf Friedrich Graf von der Schulenburg, preußischer Generalleutnant. Georg Werner von der Schulenburg, preußischer Oberst- und Regimentschef. Ernst August Freiherr von der Schulenburg, kurfürstlich-Braunschweig-Lüneburgischer Brigadier. Melusiner von der Schulenburg, Countess of Walsingem, deutsch-englische Adlige. Alexander Jakob von der Schulenburg, kurfürstlich-Braunschweig-Lüneburgischer Generalmajor. Daniel Christoph Georg von der Schulenburg-Helen, Oberstleutnant, Großneffe des venezianischen Feldmarschalls Matthias Johann von der Schulenburg. Der ihn erzog, nach 1738 im Kur-Hannoverischen Dienst, seit 1746 Deutsch-Ordens-Ritter, seit 1757 Landkontur der Deutsch-Ordens-Provinz Sachsen. Gebrhard Werner von der Schulenburg, Hofmarschall am Preußischen Hofe. Levin Rudolf von der Schulenburg, geheimer Staats- und Kriegsminister. August Ferdinand von der Schulenburg, preußischer Generalmajor, Ritter des Pur-Lehmerit. Wolfe Dietrich von der Schulenburg, dänischer Generalleutnant. Levin Friedrich von der Schulenburg, kur-Sächsischer Geheimer Rat und TRB. Lehn und Gerichtsherr auf Burg-Scheidungen und Kirch-Scheidungen sowie Klein-Liebenau. Friedrich Wilhelm von der Schulenburg, kenert, preußischer Offizier und Außenminister zuletzt. Alexander Friedrich, Georg Graf von der Schulenburg-Blumberg, Staatsminister beim Generaldirektorium, zuständig für die Seehandlungskompanie. Die Banksachen, die Witwenverpflegungsanstalt und Kasse sowie die Tabakadministration. Alexander von der Schulenburg-Emden, deutscher Großgrundbesitzer. Gebrhard von der Schulenburg-Wolfsburg, Präsident der Reichsstände des Königreichs Westfalen und leitender Politiker im Herzogtum Braunschweig. Friedrich von der Schulenburg-Angern, deutscher Regierungsbeamter. Leopold Wilhelm von der Schulenburg, preußischer Landrat, Ritter des Pur-Lehmerit. Moritz Levin Friedrich von der Schulenburg, königlich-sächsischer Kammerherr, Majoratsherr auf Burg- und Kirch-Scheidungen. Erper von Branderode und Netschgau, Josef Ferdinand Adolf Achatz von der Schulenburg, preußischer Generalleutnant. Ludwig Graf von der Schulenburg, kaiserlich-russischer Generalmajor. Eduard von der Schulenburg-Emden, deutscher Gutsbesitzer und Mitglied des preußischen Herrenhauses. Werner von der Schulenburg-Wolfsburg, Befreiungskämpfer, Gutsbesitzer und Politiker. Gustav von der Schulenburg, Offizier und Mitglied des preußischen Herrenhauses. Hermann Otto von der Schulenburg, preußischer Generalleutnant. Friedrich Albrecht Graf von der Schulenburg, Mitglied des preußischen Herrenhauses. Wilhelm von der Schulenburg, preußischer Landrat, Landesdirektor der Altmark. Julius von der Schulenburg, preußischer Generalleutnant, Hofmarschall, Rechtsritter des Johanniterordens und Senior des Geschlechts. Bernhard von der Schulenburg-Altenhausen, deutscher Rittergutsbesitzer und Verwaltungsbeamter. Ernst Graf von der Schulenburg, preußischer Landrat. Edu Graf von der Schulenburg, preußischer Landrat. Adelbert von der Schulenburg-Philene, Elodial-Herrschaftsbesitzer und Reichstagsabgeordneter. Günther von der Schulenburg, deutscher Gutsbesitzer und Politiker. Florenz Bernhard von der Schulenburg, deutscher Rittergutsbesitzer, Hofbeamter und Parlamentarier. Hermann von der Schulenburg, preußischer Offizier, später Kapuzinerpater. Werner von der Schulenburg-Betzendorf, Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter. Otto von der Schulenburg, preußischer Generalmajor. Werner von der Schulenburg-Burg-Scheidungen, Gutsbesitzer und Mitglied des preußischen Herrenhauses. Ferdinand von der Schulenburg, preußischer Generalmajor. Werner von der Schulenburg, preußischer Landrat und Politiker. Friedrich Graf von der Schulenburg-Angern, Landrat und Mitglied des preußischen Herrenhauses. Bernhard von der Schulenburg, preußischer Generalmajor, Rechtsritter des Johanniterordens. Werner von der Schulenburg-Hehlen, deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, MDR. Willibald von Schulenburg, deutscher Landschaftsmaler und Volksgündler. Dietrich Graf von der Schulenburg-Liebe-Rose, deutscher Standesheer und Politiker. Bernhard Graf von der Schulenburg-Mitglied des preußischen Herrenhauses. Werner Graf von der Schulenburg-Hessler-Mitglied des preußischen Herrenhauses. Werner von der Schulenburg-Mitglied des preußischen Herrenhauses. Günther Graf von der Schulenburg-Sächsischer Generalleutnant. Rudolf von der Schulenburg-Jurist-Königlich-preußischer Oberpräsident und Politiker. Anton von der Schulenburg-Preußischer Generalleutnant. Friedrich Graf von der Schulenburg-General und Politiker, Reichstagsabgeordneter. Günther von der Schulenburg-Deutscher Gutsbesitzer und Schwulenaktivist. Friedrich Werner Graf von der Schulenburg-Diplomat als Widerstandskämpfer hingerichtet. Albrecht von der Schulenburg-Preußischer Landrat. Werner von der Schulenburg-Militärattaché-Theaterautor und Dichter. Winfried von der Schulenburg-Deutscher Generalleutnant-General ZBV. Für das Kriegsgefangenenwesen im OKW. Sigrid von der Schulenburg-Philosophin-Edith Orin-Schriftstellerin. Gisela Grefin von Winzingerode-Geb. Grefin von der Schulenburg-Engagiertes Mitglied der bekennenden Kirche. Bot der kirchlichen Opposition in der NS-Zeit auf der Burg Bodenstein einen Treffpunkt. Otto von der Schulenburg-Jurist und Politiker-Landrat des Kreises Nordheim 1932-1945. Wedige von der Schulenburg-Adjutant des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Ilse Grefin von der Schulenburg-Apptissen des Stiftes Wallenstein in Fulda. Wolf Werner von der Schulenburg-Deutscher Offizier und nationalsozialistischer Politiker. Leopold Graf von der Schulenburg-Kanzler des Johanniter-Ordens. Fritz Dietloff Graf von der Schulenburg-Tresso. Tisa von der Schulenburg-Bildende Künstlerin und Ordensschwester. Werner Ludwig Boto-Hubertus Graf von der Schulenburg-Diplomat und Botschafter in Griechenland. Wilhelm Graf von der Schulenburg-Ehrenvorsitzender des Bundesverbandes Deutscher Pflanzenzüchter und langjähriger Präsident der COMASSO. Rudolf Graf von der Schulenburg-Präsident des Automobilclubs von Deutschland. Barbara von der Schulenburg-Rechtsanwältin und Notarin, früher Beauftragte der Bundesregierung für die Familienzusammenführung gegenüber der DDR. Wedige von der Schulenburg-Politiker, Bremer Bürgerschaftsabgeordneter. Hermann Graf von der Schulenburg-Bevollmächtigter der Deutschen Bahn AG in Berlin. Johann Matthias Graf von der Schulenburg-Wirtschaftswissenschaftler. Richard von der Schulenburg-Musiker. Linie Angern. Die Linie Angern weist mit rund 500 Jahren neben der Linie Bezendorfe die älteste schulenburgische Tradition auf. Die 1341 entstandene Wasserburg-Angern kamen 1448 in Familienbesitz. Die Brüder Bussos Bernhard und Matthias von der Schulenburg erhielten sie für 400 Gulden als magdeburgisches Lehen. Während des Dreißigjährigen Krieges Brandenburg und Gutsgebäude 1631 komplett nieder. 1736 wurde auf den alten Kellergewölben ein Schloss mit drei Gebäudeflügeln errichtet. Die Anlage blieb weiterhin von einem breiten Wassergraben umgeben, der ihr auch heute noch den Charakter eines Wasserschlosses verleiht. 1849 erfolgte eine Modernisierung im Stile des Klassizismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Sigurd Graf von der Schulenburg als Besitzer von Schloss Angern und den dazugehörigen Ländereien entschädigungslos. Enteignet. Die sowjetische Besatzungsmacht wies ihn 1946 aus, nachdem seine Familie 13 Generationen lang dort gelebt hatte. Zu DDR-Zeiten war im Schloss eine Berufsschule untergebracht. Aber erst nach der Wende von 1989 wurde die Bausubstanz durch Leerstand und Wassereinbruch nachhaltig geschädigt. 1997 erwarb Alexander Friedrich Christoph II. Graf von der Schulenburg die vom Verfall bedrohte Schlossanlage. Nach einer Sanierung zogen er und seine Familie im Jahre 2000 aus Hamburg nach Angern. Der Schlossherr vermietet für Veranstaltungen repräsentative Seele und Salons im Barock sowie Rokoko-Stil. Außerdem pflegt er die landwirtschaftliche Familientradition des Hauses Angern und bewirtschaftet auf zurückerworbenen Flächen 800 Hektar Forst sowie 150 Hektar Ackerland. Wolfsburger Linie 1746-47 kamen die von der Schulenburg durch Erbgang in den Besitz der Güter des Geschlechts derer von Bartensleben Mitte Wolfsburg. Die Ehefrau von Adolf Friedrich von der Schulenburg Bezendorf Anna Adelheid Katharina von Bartensleben brachte die wehrhafte Schlossanlage in die Familie ein, wobei ihr Mann bereits vor dem Erbheintritt 1741 gefallen war. Sie war Alleinerbin, als ihr Vater Gebrhard Werner von Bartensleben 1742 verstarb und das Geschlecht im Mannesstamme erlosch. Aus den Kindern von Adolf Friedrich und Anna Adelheid Katharina entwickelte sich der Wolfsburger Familienzweig der von der Schulenburg. Zum bedeutendsten Nachfolger wurde der 1722 auf der Wolfsburg geborene Gebrhard Werner Graf von der Schulenburg. Als Familienbegräbnis nutzten die Herren von der Schulenburg nach der Übernahme der Wolfsburg Mitte des 18. Jahrhunderts die unmittelbar an der Burg. Errichtete Kirche St. Marien im heutigen Alt-Wolfsburg. In der Gruft ruhen aus der Zeit zwischen 1759 und 1815 ihre Angehörigen neben neun Vertretern der vorherigen Schlossherren von Bartensleben. Der Wolfsburger Familienzweig hatte seit dem 18. Jahrhundert viele Kirchenpatronate inne, bei denen die Erhaltung der entsprechenden Gotteshäuser und die Betreuung der Geistlichen zu leisten war. Als Günther Graf von der Schulenburg 1985 als letzter Schlossherr der Wolfsburg verstarb, hatte er das Patronat in 26 Kirchen der Umgegend inne. Die neue Wolfsburg im 20. Jahrhundert in den 1930er Jahren wurde das Gebiet um das Schloss Wolfsburg zum Mittelpunkt des Großdeutschen Reiches erklärt. Hier sollten das Volkswagenwerk und die Stadt des KDF-Wagens entstehen. Ende 1937 stand fest, dass die Familie von der Schulenburg ihren angestammten Besitz Schloss Wolfsburg verlassen musste. Ihr Grund und Boden von etwa 2000 Hektar landwirtschaftlicher Fläche wurde zum Aufbau von Stadt und Werk benötigt und enteignet. Familienoberhaupt Günther Graf von der Schulenburg entschied, im alten schulenburgischen Waldbesitz Neumühle bei Tangeln ein neues Schloss zu bauen. In vierjähriger Bauzeit entstand ab 1938 Schloss Neumühle als einer der letzten großen Schlossbauten des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Geplant und gebaut durch den bekannten Architekten Paul Bonatz. Das neue Schloss wurde in moderner Bauweise aus Steilbeton mit vier runden Ecktürmen errichtet und fiel nur wenig kleiner als die Wolfsburg aus. Im November 1942 bezog die Familie etwa 35 Kilometer nordöstlich der alten, die neue Wolfsburg im Forst Neumühle. Zum Transport des Inventars des Schlosses Wolfsburg wurden etwa 1.000 Meter Reichsbahnwaggons benötigt. Die Stadt des KDF-Wagens erwarb 1943 die alte Wolfsburg für 560.000 Reichsmark. Rückkehr nach Wolfsburg-Nordsteimke kurz vor dem Abzug der britischen Truppen und dem Einzug der Roten Armee am 1. Juli 1945 flüchtete die Familie. Von der Schulenburg aus ihrem Schloss in Neumühle unter Zurücklassung fasst der gesamten Habe zurück zur Wolfsburg in die britische Besatzungszone. Die sowjetischen Besatzungssoldaten plünderten das Inventor von Schloss Neumühle, warfen das Archivgut auf den Hof und zündeten es an. Den Schlossverwalter, Herrn Gahl, brachten die neuen Machthaber in das Internierungslager Buchenwald, wo er umkam. Die Familie nahm nach dem Krieg und dem Verlust der Güter im Osten durch Enteignung ihren Sitz auf dem Rittergut Nordsteimke. Das seit 1846 im Familienbesitz war, die Burg Brom im Landkreis Giffhorn wurde erst 2001 verkauft. Grundstein für den Neubeginn war der land- und forstwirtschaftliche Familienbesitz im Raum Wolfsburg. Die Mitglieder der gräflichen Familie sind seither als Land- und Forstwirte tätig und betätigen sich als mittelständische Unternehmer. Die Verwaltung der schulenburgischen Güter erfolgt heute vom Rittergut in Wolfsburg-Nordsteimke aus, wo eine Straße nach dem Geschlecht benannt ist. Das derzeitige Familienoberhaupt ist Dr. Günzel Graf von der Schulenburg, der 1934 auf Schloss Wolfsburg zur Welt kam. Sein 1965 geborener Sohn, Günter Graf von der Schulenburg, übernahm 1998 die Verantwortung für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Die Forstverwaltung bewirtschaftet insgesamt 5300 Hektar Forstfläche in der Region Wolfsburg, der Altmark, der Kolbitz-Letzlinger Heide sowie im Fleming. Von Nordsteimke aus erzeugt der landwirtschaftliche Betrieb im Stadtgebiet und im benachbarten Landkreis Helmstedt auf rund 600 Hektar Fläche. Ackerfrüchte wie Getreide, Raps und Zuckerrüben. Begräbnisstätte Als Begräbnisstätte wählte die Wolfsburger Linie die unmittelbar an der Wolfsburg gelegene St. Marienkirche in Alt-Wolfsburg. Sie war Patronatskirche derer von der Schulenburg und diente den Schlossbewohnern etwa ab dem 16. Jahrhundert als Hauskirche. In der Gruft unter dem Glockenturm befinden sich 27 prunkvoll verzierte Särge aus Alabaster und schwarzem Marmor, darunter auch Kindersärge. Elf Verstorbene tragen den Namen von der Schulenburg. In den übrigen Särgen liegen weitläufigere Familienangehörige und acht Angehörige des Geschlechts der von Badensleben. Die vor den Schulenburgs Schlossherren auf der Wolfsburg waren. Die hier bestatteten, verstarben zwischen 1670 und 1832. Nach der letzten Beisetzung wurde die Gruft verschlossen und erst bei einer Renovierung 1984 wieder geöffnet.